auf jeden fall mit harten reifen so jetzt ist natürlich die frage was machen wir denn wir müssen jetzt mal gucken 1 27 3 werde 2 besser ist natürlich wieder das super ziel von euch ich glaube in türkei ist endlich mal der erste wo ich das erste mal wo ich sagen kann ja cool ja hier können wir schaffen platz 2 einmal schauen so ich muss jetzt das wird schwierig auf jeden fall d'ambrosius momentan noch irgendjemand hinten wo ich sagen kann der könnte mich schlagen wir probieren es erstmal so auf die strecke fliegende runde und dann werden wir das ding einfach mit fett probieren fettere einstellung so 1 27 5 ist er auf jeden fall das müssen wir auf jeden fall auch irgendwie schaffen die können beide so angeflogen ach du weinige kacke so auf geht's ich habe noch zwei hinter mir direkt abatten ist es auch noch ich weiß nicht ob die nüsse abatten abatten gehen wir nicht auf die nüsse habe ich gesagt so und ja und da ist glaube ich der button abgefunden gerade ich bin hier ein bisschen weiter ausgekommen nein scheiße jetzt schmeiße ich das ding wieder weg also komm wir haben uns vielleicht noch ein ehemal aufgeholt aber es reicht nicht aus was ist denn das da hinter mir da vormessen hat die auf jeden fall das ist ein virgin hinter mir das ist ein virgin hinter mir das bringt auf jeden fall viel mehr zeit so was haben wir jetzt zweiten sektor gut 6 zehnte nochmal schneller und da kommen ok gut 1 26 7 eine zeit womit ich event der glück habe und durchkommt schon mal wenigsten so ich hoffe auf jeden fall schließt euch das aus nein das gibt's doch nicht der dambrosio fährt ernsthaft zehn sekunden vorher noch eine bestzeit also das gibt's doch nicht und ich bin wegen ohne alter ich bin ernsthaft wegen tausendste raus die saison läuft extrem scheiße ich habe es ja nicht mal mehr in q2 ohne probleme reinzukommen ist das deprimierend also da haben wir endlich nur ein paar tausendste gefehlt mit 1 10 besser wäre ich ja ja und mit 2 10 besser wäre schon auf platz ja fast schon auf 13